Gleich packe ich dieses Paket aus, nach dem Intro. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mich hat dieses Paket von dm erreicht und ich war wie immer sehr gespannt, als der Postbote vorbeikam. So, schauen wir doch mal rein. Es ist eine Tasse drin mit dem Logo dm-liebt-dich, ein Fruchtdreh, Granberry-Erdbeere sowie Teefilter. Ich habe bisher immer nur Teebeutel verwendet, also seid gespannt, wie ich mich mit einem Teefilter rumschlage. Fortsetzung folgt.